Wenn ihr eine Privat-Mail hinterlegen wollt, geht es hier bei dem Bildchen, das seid ihr, das ist euer Konto. Da klickt man drauf und dann kann man hier auf Konto verwalten, kann die persönlichen Sachen verwalten und eben hier Konto verwalten und das machen. Und im nächsten Schritt dahin klicken, die Security-Info, da lässt sich das einstellen. Hier ist auch so Passwort-Change, lauter so wichtige Sachen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, eine Handynummer zu hinterlegen, eine private E-Mail zu hinterlegen, wenn mir ein Gerät geklaut wurde, überall rausgehen. So, das hat folgenden Vorteil, wenn ich mein Passwort vergessen habe und ich habe so das hinterlegt, kann ich mein Passwort selber wieder erneuern, ohne dass ich jetzt zum Lehrer laufen muss, weil der Lehrer muss auch wieder zur Stadt München laufen. Das können wir leider an der Schule nicht machen, deswegen ist es umständlich, aber ich sage hier Vorsicht. Okay, also ich selber sehe jetzt hier, ich habe Vertrauen zu Microsoft, aber wenn ihr Schüler seid, fragt eure Eltern, an welchen Stellen im Internet ihr eure Handynummer hinterlegen dürft und an welchen Stellen im Internet ihr welche private E-Mail hinterlegen dürft. Das muss man einfach absprechen, das sollte man jetzt als Schüler nicht so einfach ohne zu bedenken frei und ständig und überall machen. Also lasst dafür schauen, was ich mir noch mal Also, jetzt75 Wirka aber auch nachdem im Kopf Hallo sah Vorteil. Genau, danke schlecht. Die Zeit ist doch positiv auf. Ich hoffe, dass Sie jetzt hier überragen und nicht alle in Ihren scoop haben, die adjectaussacht deterioriert werden. Na das ist dabei, da kann ich sagen, ich sage was ein bisschen mehr zu tun. Aber Jun diese Aktuell jetzt bereits sein. 調